Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft TryJump. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, habe jetzt praktisch die Tür geöffnet und jetzt lasse ich mich praktisch vor dem PC, nur damit ihr heute noch eine Folge Minecraft kriegt. Ich hoffe, dass das hier jetzt alles sofort klappt. Ich dachte mir, komm, was kannst du spielen, was man eventuell nicht so heute wiederholen muss, wenn man den Weg nicht kennt. Und wo zum Henk hätte ich da jetzt lang gemusst? Ich habe gerade null Ahnung. Alter, wie das hier gerade ruckelt? Warum? Okay, wohin hätte ich jetzt gemusst? Hier? Ach, hätte ich jetzt hier hochge... Oh mein Gott. Ja, das passiert, wenn ihr nach der Arbeit sofort euch hinsetzt und Minecraft spielen wollt. Das kann nur gut werden. Äh, nicht wirklich, Leute, nicht wirklich. Ähm, nein. Und ich wollte euch halt gerne noch heute eine Folge Minecraft präsentieren. Und Jump World hatten wir ja erst, genauso wie Speed, Builders und Flash. Und dachte ich mir, komm, TryJump ist schon lange her, kannst du mal wieder bringen. Und ich möchte heute mal was Neues ausprobieren, aber dafür muss ich halt auch ein bisschen weiterkommen, damit ich ein paar Punkte habe. Dementsprechend hat das gut angefangen am Anfang. Mhm. Und es, ähm, wundert mich, dass wir so überhaupt eine komplette Runde voll bekommen haben. Weil es halt, äh, es sind nur 250 Leute oder so auf dem Server, aber anscheinend spielen die alle fast nur TryJump. Das ist schon Wahnsinn, wie beliebt dieser Spielmodus einfach ist. Oh Gott. Ey, Leute, ich habe so Angst, die ganze Zeit zu sterben. Weil ich brauche halt die Coins. Für das, was ich vorhabe, brauche ich ein paar Coins. Äh, wo lang muss ich? Hier lang muss ich. Okay. Oh Gott. Und dann bin ich abgerutscht. Ist das dann... Seriously? Wirklich? Die einzige Stelle, wo man noch irgendwie sterben kann und ich sterbe? Okay, vielleicht sollte ich dann einfach mal durchsprinten. Ja, dann ist das... Da war der Leiter. Ja, das habe ich beim Springen auch gemerkt, dass hier eine Leiter ist. Oh Gott. Ich bin ja so ein Held. Was zum Henker ist das hier für ein Modul? Nein. Ich habe schon wieder die Leiter vergessen. Ja. Eine halbe Glasplatte. Ist ja auch so viel leichter als eine Leiter. Finde ich übrigens nicht. Okay. Ähm, hier hin. Okay. Dann hier lang. Okay. Gut, gut, gut. Ähm. Hier lang ist, glaube ich, richtig, ne? Das sieht man bei meinem Check-Shot-Pack so doof. Oh Mann. Okay, hier hin. Dann hier hin springen. Oh mein Gott. Sag mir jetzt nicht, ich kann es nicht mehr schaffen. Sag mir jetzt nicht, ich muss mich zurücksetzen. Oh, doll. Oh Mann. Also Leute, ihr seht, es ist echt alles super. Also ich, wie gesagt, komme jetzt gerade erst von der Arbeit. Es ist jetzt gerade bei mir halb zwei. Ich hoffe halt, dass die Folge nicht so spät kommt. Ey. Alter. Ich bin doch zu doof dafür gerade, oder? Wieso falle ich denn überall runter? Ich meine, so schwer ist das hier gerade nicht. Auch wenn das ein hartes Modul ist. Okay. Jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren. Das kann nicht sein, was ich hier gerade abliefer. Endlich. Leute, ihr wisst gar nicht, wie lange ich jetzt hier fest daß. Und ich hatte so Glück, dass der eine sein Modul nicht geschafft hat. Alter. Das kann doch nicht mein Ernst sein, was ich hier gerade abliefer. Ich brauche ein paar Punkte. Sonst kann ich das von vornherein vergessen, was ich vorhabe. So. Echt. Meine Güte. Okay. Ist das dann ein halber Block? Ja, ich glaube schon. Also, nicht ein halber Block, aber... Oh mein Gott. Ey, Leute. Ich frage mich gerade, ob das wirklich mein Ernst ist, was ich hier heute mache. Aber es geht eigentlich auch gar nicht so um die Springrunde heute. Sondern um das, was ich danach machen möchte. Ich will nämlich mal was ausprobieren. Alter. Das kann ich euch doch nicht so drinnen lassen. Aber doch. Ich lasse es euch so drinnen. Einfach nur, damit die Folge kommt. Und... Damit ihr was zum Lachen habt. Ähm. Denn ganz ehrlich, für Skill habt ihr mich, glaube ich, nicht abonniert. Oh Mann, wer damals meinen Channel abonniert hat und sich dachte, jo, das ist meine skillige Minecraft-Spielerin. Nein, Leute. Einfach nur nein. Alter, ich bin gerade so doof zum Springen. Danke, dass ich einmal in meinem Leben etwas hinkriege. Danke. Danke. Dass ich einmal in meinem Leben etwas hinkriege. Dankeschön. noch. Ah, der eine wird beendet. Ah, der eine wird beendet. Das würde mich jetzt wundern, wenn er nicht beendet. So, jetzt habe ich auch die Light-Version. Ernsthaft? Er hat nicht beendet. So, jetzt habe ich die Version, die er schon die ganze Zeit hat. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Weil wenn er so hart daran fehlt, muss es ja irgendwo was Hartes sein, ne? Äh. Ach, hier muss man gar nicht hoch. Okay. Ach doch, da muss man doch hoch. Och, Alter. Nee, muss man... Nicht? Hä? Was genau wollen die hier von einem? Wollen die jetzt, dass ich hier oben stehe und dann nach Höhlen springe, oder? Nein, das können die nicht von einem wollen. Sollen wir hier drumherum springen? Jetzt seriously? Wirklich? Also, ich check gerade das letzte Modul nicht. Also, ich weiß, warum er hängen geblieben ist. Alter. Also, ich checke den Schluss einfach nicht. Da könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie der Schluss gegangen wäre. Weil ich glaube irgendwie nicht, dass ich da nochmal hinkomme. Ah, okay. Kann doch sein. Okay, das ist ja schon mal richtig. So. Aber wie muss ich jetzt hier weitermachen? Muss ich jetzt hier hoch? Ist das richtig? Aber höher komme ich ja nicht, ne? Das ist tatsächlich das Höchste. Höher kommt man nicht. Aber wohin soll man denn dann springen? Weil dahin kommt man nicht. Ach, soll man jetzt vielleicht so drumherum? Das kann sein. Für ein Extremmodul kann das sein. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, ob ich das richtig interpretiere da. Dass man halt auf die Hiveslap soll. Und dann drumherum soll. Weil dann kann man ja dieses hier, den Scheiß hier komplett auslassen. Der ist dann komplett nutzlos. Man muss halt einfach nur spät genug springen. Wenn der nicht beendet, dann habe ich noch einen Versuch, das zu probieren. Wenn ich da nochmal hinkomme. So. Hier darf ich halt nicht zu weit springen. Oh mein Gott! Ja, das war mein... Das war gerade eine Dummheit. Also das ist wirklich mein extremes Modul. Muss ich ehrlich sagen. Und es hat auch keiner geschafft. Also es ist einfach die Zeit abgelaufen. Bei wie viel Prozent bin ich jetzt? Ja, genau. Hier stirbt jeder. Oh nein! Okay, aber so ging es, Leute. So wäre es gegangen. Okay. Ja, und einer hat es geschafft, Leute. Oh mein Gott! Und jetzt kommt nämlich das, was ich ausprobieren will. Und zwar... Das habe ich letztens bei German Let's Play gesehen. Ich möchte mir keinen Schwert kaufen. Sondern nur einen Bogen. Und den verzaubern. Eins, zwei, drei, vier. Soll ich jetzt mal komplett auf alles scheißen? Nein, tue ich nicht. Natürlich eine Mütze. Schüchen. Das beides kann ich noch holen. Und dann nur noch Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Okay, ich habe nur zwölf Stück. Verdammt, ich dachte irgendwie, die Pfeile wären anders. Ich dachte irgendwie, die wären günstiger, obwohl ich sie nachgeguckt habe. Keine Ahnung, ich bin komplett durch heute. Also, ihr müsst mich auch entschuldigen. Wie gesagt, ich habe jetzt eben gerade noch gearbeitet. Dementsprechend bin ich eigentlich noch gar nicht ganz da. Aber wir gucken einfach mal, was jetzt diese Runde gebracht hat. Und das ist einfach nur so eine Just-for-Fun-Runde, damit ihr was habt. Und vielleicht klappt es ja. Ich meine, wir haben jetzt Stärke 4, aber jetzt müssen wir auch treffen. Das ist das. Jetzt müssen wir treffen. Sonst sind wir am Arsch. Weil wir brauchen eine Waffe. Und ich habe kaum Pfeile. Alter Schwede. Also, wir müssen jetzt tatsächlich mal ein bisschen passiv spielen. Okay. Ich gehe mal ein bisschen weg. Ja, genau. Ja, natürlich. Los, hau. Aua. Nein. Mist. Okay. Dafür muss man halt treffen können für den Scheiß. Aber ich dachte mir, komm, du probierst es heute einfach mal aus. Weil du bist im PvP komplett scheiße, Shiro. Das weißt du. Okay. So, ich habe Schlag 2. Das muss ich ein bisschen ausnutzen. Also, ich muss jetzt tatsächlich einmal ein bisschen sneaky spielen und warten, bis jemand... Da, Mr. Slime Ranger. Wo ist der? Wo ist Mr. Slime Rancher? Den muss ich jetzt eigentlich finden. Didi auch? Oh, okay. Nein, ein Pfeil noch. Scheiße, ich hätte ihn damit umbringen müssen. Mist, okay. Jetzt habe ich ein Problem. Einfach, weil ich keine Waffe habe. Aber er läuft weg. Okay. Ja, ich habe keine Waffe, Mann. Ich habe keine Waffe, Mann. Okay, ich bin komplett am Arsch. Komm, wo seid ihr? Hier, komm. Komm. Töte mich. Komm, töte mich. Komm, töte mich. Komm, töte mich. Ich habe keine Pfeile, ich kann nichts machen. Ja. Egal, Leute. Es war ein Versuch wert, Leute. Es ging total den Bach runter. Aber das muss ich mal machen, wenn ich auch mal ein bisschen mehr Punkte habe. Ob ich nicht mal komplett die Rüstung weglasse und nur Pfeile hole. Weil dann hätte ich jetzt am Ende nämlich noch Pfeile gehabt. Ich hätte zwar nicht so viel ausgehalten, aber wenn ihr mal Ideen habt für irgendwie verschiedene Challenges, was ich in verschiedenen Spielmodis machen könnte, schreibt mir das doch mal unten rein. War auch mal eine lustige Idee. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dann. Ciao. Ach ja. Entschuldigung. Leute, noch zum Abschluss. Heute um 18 bis 20 Uhr stream ich Minecraft. Normalerweise hätte ich das gestern gemacht. Aber ich hatte halt was vor. Ich hatte zu tun. Ich war nicht zu Hause. Dementsprechend heute 18 bis 20 Uhr Minecraft Minispielstream. Bis dann. Bis dann.